Swing Trading könnte dich dein Konto kosten, wenn du dir nicht genau überlegst, zu welcher Propfirma du gehst. Warum das Ganze so ist und welche Optionen du hast, genau das wollen wir uns heute in diesem Video anschauen. Wenn dir diese Art von Video hilft, würde ich mich natürlich auch über deinen Support freuen. Alles, was du dafür tun musst, ist den Like-Button zu drücken und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, dann natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Doch bevor ich dir jetzt die Prop Trading Firmen nenne, die sich besonders gut für Swing Trader eignen, müssen wir erstmal verstehen, was ist denn das Problem am Swing Trading und wieso haben wir hier andere Voraussetzungen als im Day Trading oder im Scalping. Und da gibt es eine Reihe von Faktoren, die du einfach unbedingt kennen musst. Der allererste ist natürlich, ob News Trading erlaubt ist. Beim Swing Trading handeln wir oft Time Frames von 4 Stunden, Tagesbasis oder gar Wochenbasis. Das heißt, wir sind oft tagelang in einem Trade unterwegs. Und da kommt man natürlich nicht drum herum, auch mal durch das ein oder andere wichtige News Event zu handeln. Oder natürlich auch übers Wochenende hinweg. Wenn der Prop Trading Anbieter das schon nicht zulässt, dann hast du mit Swings natürlich eine ganz schlechte Wahl getroffen, weil dann kannst du deinen Handelsstil im Endeffekt nie ausleben, bekommst nie die Profite, die du eigentlich brauchst, um deine Losses wieder gut zu machen und damit hast du im Endeffekt eigentlich schon verloren. Das ist aber der offensichtlichste Grund, den die meisten sogar auf dem Schirm haben. Punkt 2 ist die Berechnung deines Drawdowns. Und hier gibt es einen riesengroßen Unterschied. Du musst wissen, ob dein Drawdown von deiner Equity berechnet wird oder von deiner Balance. Was ist deine Balance? Ganz einfach der Kontostand, den dein Konto wirklich hat. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Trade einloggst, verändert sich deine Balance, positiv oder negativ, je nachdem, ob du Gewinn oder Verlust gemacht hast. Die Equity hingegen ist der aktuelle Wert deines Kontos. Das heißt, die Balance plus minus die offenen Positionen, die du hast. Das heißt, hier werden auch Floating, Profits oder Losses mit einkalkuliert. Warum ist das Ganze so kritisch für Swing Trading? Ganz einfach deshalb, weil du die Implikationen kennen musst, die es hat, wenn der Drawdown von der Equity berechnet wird. Und dafür möchte ich dir kurz eine Grafik zeigen und dir erklären, was das Problem daran ist. In dieser Grafik siehst du jetzt also einfach einen exemplarischen Kontoverlauf. Hier ist ein Konto mit 100.000 Euro, das hat genau einen Trade offen, einen Swing Trade. Und wie du siehst, hat er sich bisher eigentlich ganz schön entwickelt über die Tage hinweg. Wir haben mit 100.000 Euro gestartet. Jetzt haben wir einen Trade am Laufen, der steigt. Der steigt auf 105.000, er steigt auf 107.000 und wir haben einen Daily Drawdown von 5%. Wenn dieser jetzt von der Equity berechnet wird, dann heißt das, er wird von 107.000 berechnet für den nächsten Tag. Das bedeutet, dass wenn deine Floating-Position mehr als 5% fällt, verlierst du dein Konto. Egal, ob du diese Position jetzt schließt oder nicht. Und das ist insofern ein Riesenproblem, weil diese Position ja deinen Swing darstellt. Und ein Swing kann eben einfach sehr stark schwanken. Vielleicht hast du einen guten Entry erwischt. Der Markt läuft erstmal stark für dich, kommt dann nochmal zurück, retestet vielleicht dein Entry, läuft dann voll für dich. In dem Fall könntest du dein Konto schon verloren haben, weil die Floating-Wins eben mehr als 5% zurückgegangen sind. Und das ist extrem ärgerlich, wenn du dir einfach überlegst, dass dein Handelsstil alleine schon dafür sorgt, dass du aus dieser Challenge oder diesem Funded-Konto rausfliegst. Und das musst du unbedingt kennen, das musst du auf dem Schirm haben. Wenn das Ganze hingegen von der Balance berechnet wird, hast du natürlich gar kein Problem. Weil dann siehst du in diesem Beispiel, deine Balance ist immer 100.000 Euro, bis du deinen Trade schließt. Du hast ja für deinen Trade vielleicht ein Risiko von, sagen wir, 1.000 Euro vorgesehen. Das heißt, du hast ja nie mehr riskiert als 1.000 Euro, außer eben dein Floating-Profit. Und hier sind ganz viele Prop-Firmen ebenso aufgestellt, dass sie dein Drawdown von der Equity berechnen. Und in dem Fall hast du als Swing-Trader ein Riesenproblem. Das heißt, das musst du zwingend kennen. Und da fallen tatsächlich schon eine Menge, Menge Prop-Firmen raus. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der nicht ganz so wichtig ist, den du aber auch auf dem Schirm haben solltest. Und dabei handelt es sich um die Kostenstruktur einer Prop-Firma. Kostenstruktur im Sinne von, was kostet dich ein Swing-Trade? Und da hast du in der Regel drei Parameter, auf die du achten musst. Zum einen hast du den Spread. Der ist natürlich einfach die Differenz zwischen Bid und Ask. Das kennst du sicherlich. Je größer der Spread, desto unangenehmer ist das Ganze natürlich für Swing-Trader meist gar nicht so schlimm. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, noch der zweite Kostenfaktor sind natürlich die Kommissionen. Kennen auch die allermeisten. Aber der dritte Punkt, den ganz, ganz wenige auf dem Schirm haben, sind die Swap-Gebühren. Wenn du dir überlegst, dass du einen Swing-Trade halten willst, dann musst du ihn ja vermutlich über Tage laufen lassen. Und das bedeutet wiederum, dass du deinen Trade mehrere Tage eben offen hast und von Tag zu Tag Swap-Gebühren zahlen musst. Das muss aber nicht immer so sein. Da kommt es eben stark auf die Konditionen an. Denn es gibt durchaus auch positive Swap-Gebühren. Beispielsweise auf Index-Shorts bei vielen Anbietern oder bei GBP, JPY gibt es beispielsweise positive Swap-Gebühren auf Longs. Und das ist durchaus interessant, wenn du einen Swing-Trade planst. Weil stell dir einfach mal vor, du wirst täglich dafür bezahlt, dass du diesen Trade hältst, den du sowieso geplant hast. Dahingegen bei einem anderen Anbieter wirst du täglich dafür bestraft. Das heißt, du musst dir ganz genau überlegen, ist es mir das wert, diesen Trade weiter zu halten, Gebühren dafür zu bezahlen. Und bei einem anderen Anbieter könnte es genau umgekehrt sein. Da wirst du vielleicht noch dafür belohnt, dass du diesen Trade länger hältst. Und genau diese Kriterien erfüllen für mich nur sehr wenige Anbieter. Und ich will dir zwei davon nennen. Der eine, du kennst ihn sicherlich, mein All-Time-Favorite, FTMO. Und dann habe ich noch einen zweiten Anbieter, den ich sehr, sehr spannend finde, nämlich Funded Engineer. Funded Engineer hat ebenfalls die Berechnung per Balance und vor allem extrem, extrem gute Swap-Gebühren. Man muss dazu sagen, die arbeiten mit mehreren Market-Makern. Ich persönlich kenne nur die Variante von Purple Trading. Und Purple Trading als Liquiditäts-Provider sozusagen hat sehr, sehr gute Swap-Gebühren. Ich kann dir hier mal ein kleines Beispiel zeigen. Ich habe mal ein paar Screenshots der Swap-Gebühren gemacht. Hier sehen wir zum Beispiel, im DAX haben wir positive Swap-Gebühren für Shorts, für Longs natürlich negative Swap-Gebühren. Im Euro-USD haben wir auch positive Swap-Gebühren für Shorts. Im GBP-JPY haben wir positive Swap-Gebühren für Longs. Im Gold-Shot haben wir positive Swap-Gebühren für Shorts. Du siehst also, für alle möglichen Assets gibt es hier positive Swap-Gebühren. Und das macht diesen Anbieter natürlich extrem interessant, aber nur in Kombination mit der Berechnungsweise, dass dein Daily Drawdown wirklich von der Balance berechnet wird. Und deshalb sind meine Empfehlungen für dich, für Swing Trading, die beiden Anbieter FTMO und Funded Engineer. Funded Engineer bin ich selbst noch nicht so lange darauf aufmerksam geworden. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist FTMO natürlich der Gigant in der Branche. Und die Prop-Firma, der ich bisher am meisten vertraue. Im Endeffekt kann jede Prop-Firma irgendwann, ja, was Schlechtes tun. Wir sind nicht in deren Haut, deswegen nutze die auch immer nur als Hebel, um dein Eigenkapital bestmöglichst aufzubauen, damit du im schlimmsten Fall nicht allzu viel verlierst. Wenn du dir eine der beiden Firmen mal näher ansehen willst, ich habe beide unten in der Videobox verlinkt, kannst du dir gerne mal anschauen. Ich habe in meiner Karriere als Prop-Trader schon so einiges mitmachen müssen und natürlich auch die ein oder andere schlechte Erfahrung gesammelt. Und diese Erfahrungen habe ich dir ebenfalls in ein Video gepackt. Wenn du also sehen willst, mit was für fiesen Tricks die Prop-Trading-Anbieter so arbeiten, dann bleib auf jeden Fall dran. Ansonsten wünsche ich dir wie immer stabile Trades, pass auf dich auf. Ciao, ciao.